Das ist Atlas Mission Control mit T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Atlas Engine Ignition, 1, 0, und liftoff von the Atlas V rocket carrying the Astra 1KR Satellite. Im Jahr 1988 startet der erste Astra-Satellit ins All. Heute ist SES Astra führend im europäischen Markt. Eine Flotte von 13 Satelliten erreicht mehr als 109 Millionen Haushalte und überträgt nahezu 2000 Programme. Als Pionier beim Einsatz neuer Technologien treibt SES Astra die Digitalisierung des Fernsehens voran. Mehr als zwei Dutzend HD-Kanäle machen Astra zur größten HD-TV-Plattform Europas. Auch mit weiteren Dienstleistungen setzt das Unternehmen Maßstäbe. Modernste Playout-Center sorgen für die reibungslose Sendeabwicklung zahlreicher Fernsehstationen. Genauso garantiert Astra im Bereich der Government Services einen schnellen und sicheren Datentransfer. Fernsehsendern und Zuschauern immer neue Möglichkeiten der Digitalisierung zu erschließen. Dafür bietet SES Astra die beste Infrastruktur. Mit Entavio entabliert das Unternehmen eine offene Plattform für das Satellitenfernsehen der Zukunft. Produkte wie Bluecom ermöglichen faszinierende Wege der Interaktion. Eingebunden in die internationale SES-Gruppe ist Astra dabei Teil einer globalen Vision und kann jederzeit auf das weltumspannende Satellitennetz von SES zugreifen. SES Astra – neue digitale Perspektiven vom führenden Satellitenbetreiber Europas. Nehz